Wir sind nun in TFC Weißburg in TSHO 1860 Weißburg. Wir sind in TFC Weißburg in TFC 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 Weißburg. Oh, oh, oh. Applaus Applaus Der TESF 1860 gibt Platz zur mit Führung. Vorschütze der SchichterBS 7, Markus Leder. Oh nein! Jo, was sonst noch nie? Wir spielen wieder Arzt. Wir gehen auf 2 zu 0. Wir gehen auf 2 zu 0. Wir gehen auf 3 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 zu 0. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 Halbzeitstart TFC Weisenburg TFC Weisenburg 0-3 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Der TSV 60 erhöht auf 4 zu 0, das ist jetzt der Spieler mit der 17, Daniel Glück. Der TSV 60 erhöht auf 4 zu 0, das ist jetzt der Spieler mit der 17, Daniel Glück. Der TSV 60 erhöht auf 4 zu 0, das ist jetzt der Spieler mit der 17, Daniel Glück. Der TSV 60 erhöht auf 4 zu 0, das ist jetzt der Spieler mit der 17, Daniel Glück. Der TSV 60 erhöht auf 4 zu 0, das ist jetzt der Spieler mit der 17, Daniel Glück. Der TSV 60 erhöht auf 5 zu 0, das ist jetzt der Spieler mit der 17, Daniel physically. Der TSV 60 erhöht auf 6 zu 0, das ist jetzt der trio mit der 17, Daniel Glück. Der TSV 60 erhöht auf 4 zu 0, das ist jetzt der Level. Das war's. ...und die Runde... 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 ...und der Doppelschlag vom PX-60-Meinburg... ...das fünfte Runde... ...durgen wir um das Osten-Viel... ...für der Acht... ...und das sechste Runde... ...durgen wir zwei... Vielen Dank. Vielen Dank. Michael Köln, der Spiegel der 17, der Hör auf Sie, zurück. Vielen Dank.